Hallo und Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Out of Reach mit dem Faustus und dem Wödern. Hallo. Ich bin hoch. Wir sind gerade bei dir hier. Los, Alika! Hä, wie kommt man jetzt hier hoch? Da ist eine Leiter. Ey, Faustus reißt schon die Kiste ab. Ich hab gar nichts gemacht, ey. Was macht denn hier Doktor Tronk? Ah, ich hab nichts gemacht. Boah, ich steig schnell hier. Mausi! Nein, 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 nein! Oh, warte mal. Ja, ja. Wir rennen weg. Katze! Oh, oh. Das war ich nicht. Oh, oh. Hier ist noch eine Leiter. Oh, da geht's noch höher. Diebische Elsdai. Was auch immer das ist, ich hab's mal eingesammelt in der Kiste. Äh, noch so ein Ding und was ist das denn hier für ein Hof, ne? Oh, hier ist ein Holzschild und da ist, weiß ich nicht was. Da sind ja noch mehr Kisten. Oh, hier sind richtig viele Samen. Ey, ich hab voll viel Essen gefunden. Ich kann nichts mehr tragen. Wattes. Wo bist du denn hochgekommen? Hammer. Hammer, hier. Eng gebaut hier alles, ne? Aber... Seid ihr noch ganz oben? Oder... Wo geht's denn hier nach ganz oben? Ja, da ist noch eine Leiter so um die Ecke. Okay. Ja, und dann zieh dir... Dann zieh dir hier mal die Flex-Farm rein, Alter. Das ist eine ganze Farm. Ich kann nichts mehr tragen. Keine Ahnung. Voll viel... Was ist das hier? Was ist das hier? Irgendwie Red Berries. Davon habe ich jetzt 15, 30... 30... 60... 60... 60 Bären. Hier ist ja noch eine Leiter. Ja, komm mal hier hoch. Leck mich fett. Ja, was ist los? Pflücken, Leute. Pflücken. Ich bin schon dabei die ganze Zeit. Hammer. Ja, da geht ja wohl auch noch ein Bogen. Auf jeden Fall. Oder zwei oder drei. Und dann probieren wir mal Neil Pferd, ne? Ja. Krass, ey. Also Leute, andere Inseln erkunden. Und andere Budenplünder. Wette, ich wette auch, dass wir unser Haus total scheiße gelegt haben. Das ist bestimmt die Spawn-Insel. Ja, ist es auch. Deswegen ist da auch nichts los. Oder wenn da was los ist, dann sind das alles kaputte Häuser. Ja. Na. Wie schon kommen, dass wir unser Haus da wieder abreißen. Na, ich lass das, wenn dann nur stehen, aber... Ja, sollten wir auch, weil da wissen wir wenigstens, dass die anderen uns finden. Also, beziehungsweise wir die anderen. Ja, wobei, wenn sie das jetzt sehen, dann vielleicht nicht mehr. Ja. Ja, gut. Aber eigentlich auch total genial, auf dem Stein das drauf zu bauen, ne? Ja, finde ich auch. Und die Leitern haben die gut gemacht. Also, die waren zum Teil gut versteckt, so, ne? Ja. Ja. Nicht gut genug. Ja, klar. Aber war auf jeden Fall jetzt nicht so offensichtlich, die zu finden. Ey, Leute. Hm? Ich schmeiß, glaube ich, mal eine Axt weg, weil... Hast du ja nicht so viel, ne? Ich hab drei Stöcke, ja. Ja, aber guck mal, ich hab auch genug Platz, ne? Ja, die ist eh fast kaputt. Wenn du die aufsammeln willst, kannst du ja gerne machen. Aber die ist fast kaputt halt. Ja, dann lass liegen. Aber hier, die Blumenkasten-Dinger, die, äh, bringen keine Samen, glaube ich, ne? Doch, ich hab jetzt schon ein paar mal Samen gekriegt. Aber, äh, selten halt. Wahnsinn, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ey. Hat einer von euch noch Flax über? Was? Ne. Ich bin leider ausgegangen. Ja, jetzt hab ich auch Samen bekommen. Ja, ich guck nicht die ganze Zeit dahin, was da steht, aber... Jetzt ist es mir noch nicht aufgefallen, dass da Samen kamen. Aber ist auch egal. Hammerhart. Und jetzt ist es mir noch dunkel, ne? Die werden sich so ärgern. Oh, da ist gut ein bisschen Flax weggegangen, ne? So, erstmal Robes erstellen. Um Platz zu sparen, ne? Ja, um mich für einen Bogen haben, was ist los? Ich glaube, das Fischernetz können wir auch noch machen. Ja. Ey, wie viel Flax habt ihr? Alle? Hallo? Ich hab jetzt 10 Seile, äh... 82. Ich hab 157, ey. 157 und ich hab, äh... über 60 Samen. ...dame hab ich nur 8. Samen hab ich 7. Ich hab von den Redberrys hab ich 12 Samen. Ich kann die leider nicht runtersteigen. Ich springe da jetzt einfach runter. Fertig ist das. Aber ich kann mir immer noch keinen Bogen machen. Ach, ich brauche 30 Wut. Ja, okay. Ach, hier sind ja noch ganz viele Kisten. Hier habe ich schon alle durch. Da habe ich das ganze Essen gefunden. 60 Redberries. Ach, ab und wo ist es? Ich esse mal was. Hier ist ein Schleifstein. Oder eine Smitty. Hier kannst du Bronze und richtig krasse Waffen machen. Stahlaxt und sowas. Bronze Pickaxe und so. Ja, siehst du, von wegen der Content ist hier so klein. Du musst die Werkzeuge haben, damit du weiteren Content sehen kannst. Ja, 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 ja. Damit habe ich aber auch gerechnet. Aber es ist ein bisschen booster hier. Das wird da nicht runtergehen. Ah, ich habe nicht dran gemacht. Oh, danke. Warum hast du denn die Kiste neben dir nicht geplündert? Och, die habe ich gar nicht gesehen. Ganz, oh, 60 mal Beeren. Ey, ich bin noch da drin. 60 mal Mais. Ja. Äh, Faust, da ist noch eine Fackel drin. Kannst du die mal aufsammeln? Ich bin voll. Gerne. Gerne. Ich brauche mal ein bisschen Holz. Wo seid ihr denn, ey? Ich bin jetzt, geht es runter. Ich brauche nur ein bisschen Holz. Ich brauche 30 Holz, damit ich mir einen Bogen machen kann. Aber der muss jetzt noch sein. Ich habe jetzt, ich habe jetzt hier irgend so ein Symbol oben rechts im Display angezeigt gekriegt. Aim at a building element to see the list of, kann irgendwas upgraden. Ey, lass doch jetzt mal so ein Feuer bauen und die ganze Hütte abfackeln. Ja, mach mal. Ja, wie geht das denn? Äh, Rödan, du hast mich anscheinend gehauen. Du bist ruhig bin hier. Echt jetzt? Oder habe ich dich gehauen? Warte mal. Seite 5, das 8. Das ist zum Abfackeln. War das? Doch. Ne, Quatsch, verdrehe ich denn da. Seite 5 Nummer 8, ne, auf keinen Fall. Nein, nein. Seite 3. Seite 3. Trebuchet ist das? Seite 3, das 8. Du brauchst jetzt 10 Holz für. Kein Ding. Aber dann musst du da mit der Torch dran. Ah, ich habe keine Torch. Ich aber, ich aber. Komm schnell hoch hier. Warte mal, habe ich 30 Holz? Ja, habe ich. Ach, geh doch mal weg, du blöder Baum. So, jetzt wird Geschichte geschrieben, Ladies. Das wird geil, das wird geil. Wo ist das Ding zum Abfackeln? Direkt am Eingang. So, wie mache ich das jetzt? Nicht kaputt machen, anzünden. Also, da nicht wie? Drück E. E? Ne. Bestimmt. Aber so steht das doch da. Kannst du mal selber die Beschreibung durchlesen. Warte, mach mal. Warte mal, soll ich es mal auf deutsch? Ja. Ich platziere diese auf den Boden und zünde es mal eine Fackel an, um ein Haus wieder zu brennen. Das klingt gut. Ja, wollen wir ja gerade. Wäre ich dafür. Ah, warte, ich habe auch mal eine Fackel. Soll ich es auch mal versuchen? Ah, ja, es brennt. Es brennt. Oha, scheiße. Oha, was, ey? Ich muss weg. Egal, wie das aussieht. Das ist voll die Riesenhütte. Das ist voll die Riesenhütte. Oh, die armen anderen Leute. Scheiße, das gibt ein geiles Summit, ey. Ja. Dafür, dass das ganze Haus brennt, ist es aber ganz schön wenig Licht. Jawohl, ja, Alter, stimmt, das stimmt. Boah. Mach mal deine Fackel an, Alika. Was, 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 was? Mach beide mal eure Fackel an. Ja, ich habe doch meine da hingeschmissen. Meine Fackel ist jetzt schon zu Ende. Die hat ja noch ganz wenig. Ach so. Du musst die da reinschmeißen mit Rechtsklick. Ah, okay. Alter, wie krass das aussieht, das ganze Haus, ey. Das war Hammer. Ja, Leute. Läuft. Nicht mit uns anlegen. Also, wir sind eigentlich voll die Noobs. Nein. Ja. Oh, weg ist es. Zack, weg. Kann man da jetzt noch irgendwas aufsammeln? Hat jemand eine Fackel? Nee, immer noch nicht. Jetzt stehen wir hier ein bisschen im Dunkeln, ne? Wenn wir das vielleicht erst im Held machen wollen, nee, dann wäre es nicht so geil gewesen. Ja, eben. Aber ich brauche mir jetzt mal eben meinen Scheiß-Bogen. Also, habe ich gleich im Dunkeln stehen. Toll, ich habe das Fett natürlich in der Kiste gelassen, weißt du? Du doll. Jetzt nicht in dem Haus. Nein, bei uns im Haus. Ach so, ich dachte jetzt in dem abgebrannt. Sonst hätte ich jetzt eine Fackel bauen können, meine ich. Aha. Braucht einer Beeren, Mais? Nee, Beeren und Mais habe ich jeweils 60. Ich habe, oh, ich habe nur 44 Beeren und 15 Mais. Ich habe 60. Aber ich habe dafür 62 Flex-Samen. Hast du schon erwähnt. Ist das nicht geil? Da können wir erst mal richtig dick anpflanzen. So, wie geht das mit der zweiten Waffenhand? Kuh, sagst du? Ja. Da habe ich noch einen Bogen ausgerüstet. Wenn der Bogen da rein, muss ich die Pfeile auch in die Hand nehmen, ne? Ja, doch. Wenn du den Boden da reinmachst, die steht rechts daneben Amor. Dafür habe ich ein Holzschild, hieß ich. Nicht Amor, sondern Amor, meine ich. Entschuldigung, ja. Ja, schon verstanden. So, ich gehe mal, einen Berg hoch. Ich sehe nichts. Ja, ne? Ich bin so doof, ja. Glauben wir uns auch mal einen Berg hoch. Über diese Folge muss ich leider einen Filter legen. Wir können auch gerne jetzt eine kurze Episode daraus machen und dann machen wir jetzt hier oben auf den Bergschluss. Ja, würde ich auch fast sagen. Seien ja eh so, wie, äh, was, äh, äh, Dings zu sein, ne? Mut ist ja keiner. Ja, eben. Ja gut, Ladies. Mut finsternis. Nee, da oben ist er. Wo? Wo? Ja, da. Ja, egal. Ach, da. Ah. Na gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, äh, ja, die Beschreibung der anderen beiden findet... Schon wieder! Die Kanäle der anderen beiden findet ihr in der Beschreibung unter dem Video oder unter... Nein, es ist anders. Ich fang nochmal an. Wir kriegen die 15 Minuten noch vor. Die Besch... Die Kanäle der anderen findet ihr in der Beschreibung. Ja, komm, wiederhol das bitte. Achso, sie hat wieder ihren Quietsch. Die... Die Kanäle der anderen findet ihr in der Beschreibung. Und somit, äh, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.